Wir wollen uns heute mal die wichtigsten Industrie-Rohstoffe angucken und zwar Kupfer, Aluminium, Eisenerz, Kohle und Erdöl. Das sind so die wichtigsten Industrie-Rohstoffe. Da gucken wir uns mal jetzt die aktuellen Entwicklungen an und auch immer gleich dazu das größte Unternehmen, was in diesem Bereich tätig ist. Okay, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hallo! So, wer hat ein Interesse an Wirtschaft? Ich habe hier tolle Kurse gemacht. Kontrolling, Wirtschaft, BWL, VWL, Psychologie, Finanzielle Intelligenz und Börse. Wer Interesse hat, Links gibt es unten im Anhang. Okay, und wir starten mit einem Disclaimer. Es handelt sich bei den folgenden Ausführungen um keinerlei Handels- oder Kaufempfehlungen. Dieses Video dient ausschließlich Ausbildungs- und Lehrzwecken und der Autor ist in keinem der besprochenen Werte investiert. Nein, bin ich tatsächlich nicht. Jetzt musste ich mal kurz ein bisschen überlegen, aber ich bin es tatsächlich nicht. So, wir starten mit dem Bloomberg Commodity Index. So, das ist ein Index. Wir sehen hier rechts die Zusammensetzung. Energie ist zu 30% dünne, Getreide zu 23%, Industrimetalle zu 16%, Edelmetalle zu 19%, Agrarrohstoffe zu 7% und Vieh, also der sogenannte Livestock oder auch Kettle genannt, zu 5%. So, was sehen wir hier? Wir sehen, der Index, das ist in Punkten gemessen. Der ist gestiegen vom Corona-Tiefpunkt, das war ca. 60 Indexpunkte. Er ist raufgestiegen auf ca. 135 und derzeit befindet er sich bei 121,73. Genau. So, wir sehen also, er ist wieder im Begriff zu sinken, zu korrigieren und hat auch noch Platz bis zur nächsten Unterstützung, die ungefähr bei 105 Zählern liegen dürfte. Also, das wollen wir mal hier im Gedächtnis behalten. Ja, wir sehen auch hier nochmal eine Unterstützung, die wäre dann ca. bei 90. Also, hier ist noch Luft nach unten, das merken wir uns einmal. So, wir kommen nun zum Erdöl. Das Erdöl, ich mache immer zunächst mal 5 Jahre und dann 1 Jahr und dann kommt das größte Unternehmen in dem Bereich auch wieder 5 Jahre, 1 Jahr. Ja, das ist so der Gang der Dinge. Okay, so, Erdöl und zwar jetzt das WTI, das West Texas Intermediate, das ist die amerikanische Sorte, die da gehandelt wird. Ist, glaube ich, wichtiger sogar weltweit als Brand, als die Nordsee-Ölsorte Brand. Okay, also das WTI hier 5 Jahre, also aber die beiden Brand und WTI entwickeln sich parallel. Okay, so, wo steht das Erdöl? Das steht jetzt ungefähr bei 100 und, was weiß ich, 5 ungefähr, ne? Auf jeden Fall sagt es dieser Chart hier. Ist also die letzten 5 Jahre gestiegen um 140% und wir sehen hier, was sehen wir hier? Eine negative Preisnotierung bei Erdöl. Tatsächlich war das so. Zumindest die Erdöl-Futures, die waren mal einen Tag lang oder ein paar Tage lang sogar Quass im Minus. Dann hat man also Geld bekommen, wenn man Erdöl gekauft hat. Das hätte man mal machen sollen. Das hätte man machen sollen. Ja, das war aber nicht so einfach, da ranzukommen, glaube ich. Aber man hätte, man hätte damals tatsächlich Erdöl, hätte man sich eindecken müssen. Ja, aber klar, nachher ist man natürlich immer schlauer. So, Erdöl ist gestiegen hier von Minus, was war das hier? Minus 35, 40 ungefähr. Ist es gestiegen auf jetzt 103, 104 ungefähr. Ja, wo wir eben heute stehen. So, wir sehen eine Unterstützung auf jeden Fall bei der 75. Ja, keine Ahnung, ob das da jetzt so weit runterkommt. Müssen wir mal gucken. Ich könnte es mir vorstellen, dass es irgendwann mal demnächst wieder bei dieser Unterstützung mal landen wird. Ja, ich mache aber hier grundsätzlich keine Prognosen. Ja, das sind alles nur Vermutungen. Und auch basierend auf Chart-Technik, mehr oder weniger. Okay, so, aber wenn jetzt natürlich die Wirtschaft abkühlt, schätze ich mal, ja, ja, das ist ja global so der Fall, dann wird das Erdöl wahrscheinlich auch runterkommen, wie die anderen Rohstoffe eben auch. Das werden wir sehen, ja, alle Rohstoffe sind hier im Fallen begriffen. So, hier Erdöl, WTI jetzt ein Jahr. Ja, da sind wir jetzt ein Jahr. Und da würde ich jetzt kurzfristig eine Unterstützung sehen bei 92. Also da könnte man kurzfristig nach Norden handeln, ja, auf Tagesbasis. Mehr würde ich da erstmal nicht machen. Ja, so, und wenn diese Unterstützung fällt, ja, dann geht es wahrscheinlich bergab erstmal, ja. Würde ich sagen, ungefähr bis zur 80, beziehungsweise bis zur 75. Erstmal. So, jetzt hier, oh, jetzt war ich zu schnell, jetzt war ich zu schnell. Der größte, das größte Erdölunternehmen, ja, was ist das denn? Okay, haben wir schon gesehen, ja, Saudi Aramco. So, Saudi Aramco ist, soweit ich das feststellen konnte, das größte Erdölunternehmen. Das sind natürlich Shell und so weiter auch noch sehr große, BP und so weiter. Aber ich glaube, Saudi Aramco ist das größte. Und das wurde an die Börse gebracht, jetzt hier die Kurse, die fangen an zu notieren, bei Mitte 2019. Da ist also der Staat, so hat sich Saudi Aramco entwickelt, hat sich vom Corona-Tief eben mal nicht mal verdoppelt. Ja, da habe ich auch schon Besseres gesehen. Ich glaube, Shell hat sich, es hat sich da besser entwickelt. Und ich glaube, andere Ölförderer auch. Also, da ist Saudi Aramco nicht mal der Beste gewesen, ja. Ja, würde ich sagen, eine klare Unterstützung bei der 34. Da könnte man dann vielleicht einsteigen, ja, wenn sich da Signale nach Norden ergeben. So, Saudi Aramco ein Jahr, da sehe ich eine Unterstützung hier bei der 34. Ja, da sind wir jetzt, hier sind wir ungefähr jetzt bei 37. Also, da müsste der Kurs meiner Ansicht nach mal zumindest kurzfristig nach Norden abprallen. So könnte man das machen, Saudi Aramco. So, wir kommen zu Kohle. Kohle, so, Kohle, fünf Jahre. Was sehen wir hier? Auch wieder einen krassen Anstieg seit Corona. Ist aber dann hier im Jahr 2021, so im Sommer, auch wieder kräftig zurückgekommen. Und ist dann aber nochmal ebenso kräftig wieder angestiegen. So hat sich jetzt vom Corona-Tief bis zum aller, zum höchsten Punkt, hat sich das mehr als verachtfacht. Also fast verneunfacht, wie ich das so sehe. Oder es hat sich verneunfacht, ja. Ja, die Kohle hat sich verneunfacht. Ist jetzt ungefähr bei 350. Da sehe ich eine ganz klare Unterstützung hier bei der 250. Ja, wenn die allerdings gebrochen wird per Wochen-Close, dann könnte es auch schnell wieder bergab gehen. Und zwar ungefähr runter bis auf die 100, beziehungsweise auf die 90. Ja, also diese Marken bitte da beachten. So, und wenn man jetzt das Ganze auf Jahressicht sieht, da sind wir gerade jetzt hier bei der 350. Da sehe ich eine kurzfristige Unterstützung bei der 250. Da könnte man kurzfristig nach Norden handeln, meines Erachtens. So, wer ist denn der größte Kohleförderer? Fragezeichen, ja. Frage an dich. Wer fällt dir da ein? Okay, das ist die BHP. BHP Group. Das ist auf jeden Fall das, was ich eruiert habe. Ja, der größte, der größte, größte Kohleförderer. So, hier wieder das 5-Jahres-Chart. Da sehen wir hier auch eine Entwicklung vom Corona-Tief bis zum Hoch von ungefähr 12 bis 32. Also fast eine Verdreifachung. Ja, und fällt jetzt aber auch schön, ja, logischerweise, ja, wenn der Rohstoff Kohle fällt. Und BHP macht, glaube ich, auch ziemlich viel in Kupfer auch. Dann, äh, und Eisenerz. Dann fällt natürlich hier das jetzt auch. So, ähm, man sieht es sehr schön, wie so eine Trendlinie hier wieder respektiert wird. Ja, da sehen wir hier etliche Berührungspunkte. Also nach so schrägen Trendlinien kann man auch immer gut handeln. Wobei es auch Leute gibt, die sagen, schräge Trendlinien sind etwas für schräge Leute. Okay, sind wir ja alle, ja, wir sind alles schräge Leute. So, okay, ich sehe eine Unterstützung bei ungefähr 22. Da dürfte er auch zumindest kurzfristig abfallen. Das sehen wir jetzt hier nochmal etwas genauer. Ja, da sehen wir auch nochmal eine kurzfristige Trendlinie. Die rote da, wie das auch wieder schön funktioniert hier. Und wie gesagt, ungefähr bei der 24 ist hier auf jeden Fall mindestens kurzfristig eine Unterstützung. Ob die allerdings hält, die wird jetzt auch schon einmal, zweimal, dreimal, viermal zum fünften Mal angetestet. Also irgendwie wird die auch brechen. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt darauf wetten, dass die hält. Okay. So, wir kommen zum Kupfer. Ja, so, Kupfer, das Kupfer, hier richtig schöne Farbe hier. Tolles Bild. So, Kupfer, fünf Jahre. So, da sehen wir auch wieder vom Corona-Tief jetzt bis zum Hochpunkt eine bisschen mehr als eine Verdoppelung. Ja, das ist, also hat sich einigermaßen hier Verhalten entwickelt. Das zappelt jetzt hier oben so herum, ja, in so einem Bereich zwischen 11.000 und 9.000. Ich schätze mal, dieser Bereich wird auch irgendwie mal brechen. Ja, vielleicht jetzt demnächst oder vielleicht dauert es auch noch ein bisschen. Wenn auf jeden Fall dieser Bereich gebrochen wird, dann könnte es bergab gehen bis circa 7.000 und, ja, ich würde sagen 7.000 glatt oder 7.200 ungefähr. Ja, okay, so, kurzfristig sehen wir hier auch jetzt einen Abwärtstrend. Also hier geht es Richtung Süden im Kupfer, ja, im Jahreschart. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt long hier unbedingt einsteigen wollen. Da würde ich lieber warten, bis es auf die 7.200 runterfällt und dann mal gucken. Ja, so würde ich das machen. So, das größte Kupferunternehmen, was ist das? Frage an dich, ja, hast du es drauf, weißt du es? So, das ist Glencore, ja, zumindest so ziemlich das Größte. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage jetzt, wie viel gerade jetzt in diesem Jahr jetzt gefördert wird oder im letzten Jahr gefördert wurde. Aber Glencore ist so ziemlich der größte Kupferförderer weltweit. So, wir haben hier das 5-Jahres-Chart, ja, sehen wir auch eine Entwicklung seit Corona von 1 auf über 6, ja, also das hat sich versechsfacht und Kupfer hat sich verdoppelt. Also, da ist ein ziemlicher Hebel dahinter, ja. Da ist ein ziemlicher Hebel dahinter, also da würde ich dann lieber hier so ein Unternehmen kaufen statt den Rohstoff, würde ich sagen, ja. So, auf jeden Fall kommt Glencore jetzt auch wieder zurück. Da dürfte ungefähr bei 4,5 dürfte da eine sehr gute erst mal Unterstützung sein. Ob die hält, ist die große Frage. Also, wenn Kupfer weiter runter geht und die Rohstoffe allgemein weiter runter gehen, dann wird auch Glencore hier runter gehen, ja. Und dann werden hier all diese Punkte hier, die hier ganz knapp untereinander liegen, werden dann alle gerissen, ja. Das ist dann so eine Art Kettenreaktion, das sieht man auch hier in dem Aufwärtstrend, ja, diese ganzen Hochs, die sind alle knapp aneinander, die werden dann alle gerissen. Das könnte dann relativ schnell gehen, ja, das könnte dann relativ zügig nach Süden gehen, ja. So, Glencore ein Jahr, ja, da haben wir auch wieder dieses Bild hier, so, diese kurzfristige Unterstützung hier bei 4, bei 5,40 circa, die ist schon gefallen, ja, die ist schon gefallen. Wenn mich nicht alles täuscht, auch per Wochen-Close, sodass ich jetzt Südwärtspotenzial sehe, zunächst mal bis zu 4,0. Das ist meine Einschätzung. So, wir kommen zum Eisenerz. Eisenerz, 5 Jahre, sehen wir diese Entwicklung, ja, Eisenerz hat sich ungefähr seit Corona-Tief verdreifacht, ja, verdreifacht. Dann ein krasser, krasser Absturz, ähm, 20,21, ja, da geht es über Piede bergab. Jetzt federt es nochmal nach oben oder ist nochmal nach oben gefedert. Das kommt jetzt auch hier runter. Auch das Eisenerz kommt drunter. Ja, ich glaube, diese Unterstützung hier jetzt bei der 125, die wird, schätze ich mal, nicht halten. Sodass ich dann erst wieder eine relativ gute Unterstützung sehe bei der 75. So, Einjahres-Chart, das eben auch wieder hier, wie schön diese Trendlinie hier oder eine Trendlinie hier wieder respektiert wird. Also, schräge Trendlinien sind nicht nur etwas für schräge Leute, würde ich sagen. Okay, also ich muss sagen, ich bin aber trotzdem für waagrechte Linien, da habe ich schon noch mehr Vertrauen darin. Ja, also schräge Trendlinien, da bin ich immer auch ein bisschen vorsichtig, weil wenn die dann tatsächlich gebrochen werden, dann geht es auch immer richtig zackig, dann geht es zackig voran. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, also die nächste waagrechte Unterstützung sehe ich hier ungefähr bei der 95, würde ich sagen. Ja, im Eisenerz. Ich schätze mal, ich könnte mir vorstellen, vielleicht federt es jetzt noch mal kurz nach Norden ab, aber da wird es, glaube ich, schätze ich mal runtergehen. Das ist eine Vermutung von mir. Ja, keine Prognose. Oh, wieder zu schnell gewesen. So, was ist denn das größte Eisenerzunternehmen? Ja, okay. Manchmal wieder gesehen, Rio Tinto. Ja, Rio Tinto ist auf jeden Fall eins der größten. Ob es jetzt genau das größte ist, ist die Frage. Kann auch sein, dass es die BHP ist. Ja, aber ich schätze mal, auf jeden Fall ist Rio Tinto eins der größten Eisenerzförderunternehmen der Welt. Ja, so und hier das 5-Jahres-Chart. Da sehen wir hier ein Ruckeln und Zuckeln. Ja, das ist hier, das schwankt hier ganz schön hin und her. Hat sich seit dem Corona-Tief, hat sich das, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, ja. Das Corona-Tief, das war hier. Ja, das war hier 2020. Das war nicht das hier. Das war es nicht. Das muss was anderes gewesen sein. Da war eine andere Schwierigkeit. Ich glaube, da war, da gab es irgendwie eine Umweltverschmutzung oder sowas, ja. Da ist es hier mal kurz hier runter. Ich glaube, also das war auf jeden Fall das Corona-Tief. Das hat sich jetzt nicht mal, das hat sich nur um 50 Prozent entwickelt, ja, seit Corona-Tief. Das ist jetzt nicht gerade der Hammer, ja. Und kommen wir jetzt hier runter auf diese, auf diese Unterstützung. Unterstützung, ja, bei ca. 55, zwischen 55 und 50, da ungefähr ist eine Unterstützung. Wenn die bricht, sieht man recht schön, dann kann man diese Höhe nach unten abtragen, dann geht es wahrscheinlich irgendwo wieder runter. Zunächst mal auf jeden Fall bis zu 40, könnte auch noch auf die 35 und auch noch ein bisschen weiter sogar zurückgehen. Ja, so würde ich das einschätzen. So, kurzfristig, da ist jetzt das Jahreschart. Da sehe ich jetzt eine kurzfristige Unterstützung bei der ca. 52. Da könnte man vielleicht mal kurzfristig nach Norden handeln. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass diese Unterstützung hier hält. So, und wir kommen noch zum Aluminium. Und dann sind wir fertig. So, Aluminium, 5-Jahres-Chart. Hat sich seit Corona etwas mehr als verdoppelt. Also, das ist auch nicht, da haben wir schon Besseres gesehen, ne? Haben wir schon Besseres gesehen. So, wo ist jetzt hier Aluminium gerade bei der 2500? 2500 hat also hier von der Spitze, das war ungefähr 3750, hat es genau jetzt diese Wegstrecke, dieses dunkelblaue Rechteck zurückgelegt. Wenn diese Unterstützung hier jetzt bricht, was ich mir relativ gut vorstellen kann, dann sehe ich Abwärtspotenzial mindestens bis zur 1500, wenn nicht sogar bis zur 1250. Also, da würde ich ganz, ganz stark aufpassen. Das sieht hier nicht so wahnsinnig gut aus. Es könnte auch sein, dass es nochmal hier rauf geht bis zur 3200 und dann nochmal hier rechts eine zweite Schulter ausbildet. Dann haben wir hier so eine, hätten wir dann so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und wenn die dann bricht, ja, dann kann man sich relativ sicher sein, dass die Höhe dann hier unten nach Süden abgetragen wird. Ja. So, würde ich das sehen. Okay. So, dann hier nochmal der Jahres-Chart. Also, da sind wir jetzt gerade an einer mindestens kurzfristigen Unterstützung. Ja. Da könnte man jetzt, wenn Signale auftauchen, also positive Signale nach Norden, also zum Beispiel jetzt der Wochenschluss, wenn der deutlich positiv ist, könnte man es fast wagen, dann nochmal rauf zu handeln. Allerdings lauert hier auch gleich wieder ein Widerstand und zwar bei 2600. Also, wäre ich vorsichtig. Wäre ich vorsichtig. Auch das sieht jetzt nicht so wahnsinnig, ja. Also, der Abstieg hier, der ist, das ist fast symmetrisch hier, ja. Der Anstieg ist fast genauso lang wie der Abstieg. Das ist keine Korrektur mehr, ja. Eine Korrektur, die müsste hier viel flacher verlaufen, ja. Das ist, das, da wird der Kurs einfach zurückgehandelt, ja. Ja, und ich schätze mal, der wird da nicht Halt machen. Das ist meine Einschätzung. So, oh, und wieder zu schnell gewesen. So, was ist denn das größte, das größte Aluminiumunternehmen? Ja, ah, habe ich das schon wieder vermasselt. Okay, das ist also Alcor. Ja, Alcor ist auch wieder zumindest eines der größten. Hier der Fünfjahres-Chart. Ja, das sehen wir hier ganz klar, ist jetzt hier gerade auch rein zufälligerweise an einer Unterstützung, bei 50, hat die aber auch schon, so wie ich das sehe, durchbrochen. Also, da wäre ich auch extrem vorsichtig, ja. Da wäre ich extrem vorsichtig, da würde ich jetzt, da würde ich jetzt, ich würde da jetzt nicht nach Norden handeln, ja. Das würde ich auf keinen Fall machen. Ich schätze mal, die wird auch weiter südlich kommen, ja. Und wenn dann auch wieder hier diese ganzen Hochs hier gerissen werden, dann dürfte es auch relativ schnell sogar vonstatten gehen. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn die irgendwo letztendlich wieder bei der 10 landet, ja. Und da würde ich sie auf jeden Fall einsammeln, ja. Bei der 10 würde ich sie einsammeln, weil dann hat sie wieder Potenzial bis auf 80, 90, ja. Also, 800 Prozent. Das würde ich so machen. Ja, also, Rohstoffaktien, die schwanken immer, ja. Da gibt es fast keine Trendaktien, ja. Ich habe da noch keine einzige Trendaktie gesehen, die also hier jetzt Rohstoffe fördert, ja. So, und hier Alcoa, ein Jahr, auf Einjahressicht, ja. Also, da sehen wir hier die 50, die wurde schon unterschritten. Der nächste kurzfristige Widerstand, der ist so bei ca. 30, da könnte man daran denken, vielleicht mal kurz nach oben zu handeln. Aber ich wäre da wirklich vorsichtig. Ich wäre bei allen Rohstoffen jetzt extrem vorsichtig, weil eben die gesamtwirtschaftliche Lage das nicht hergibt, dass da jetzt die Rohstoffe steigen, ja, wenn die Wirtschaft zurückgeht, ja. Die Wirtschaft braucht dann keine Rohstoffe, ja, dann gehen die eben alle südlich. So würde ich das sehen. Okay, und das soll es für heute gewesen sein, ja. In der nächsten Ausgabe kommen dann die Rohstoffe für die digitale Industrie, ja, Lithium und so weiter. Also, ich würde sagen, tschüss, tschau und servus. Goodbye.